Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling, lasst mich ein, ihr Kinder, ist so ein Ist das nicht schön, ich habe die große Ehre hier das letzte Adventskalender Türchen in unserem Hotz und Wasser Adventskalender 2020 zu gestalten Heute ist zwar erst der 23., aber morgen haben wir ja unsere große Bescherung, wozu wir euch natürlich alle herzlich einladen Und auch heute gibt es natürlich wieder eine Wilhelm Busch Geschichte, aber nicht irgendeine Wilhelm Busch Geschichte, sondern einen Teil aus der Wilhelm Busch Geschichte, Max und Moritz Natürlich auch mit dem Star aus dieser, das ist eine Reihe, Sammlung von Geschichten, auf jeden Fall die Geschichte mit Witwe Bolte Lehnt euch zurück, Kaminfeuer ist an, los geht's Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh Einerseits der Eier wegen, welche diese Vögel legen, zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann Drittens aber nimmt man auch ihre Federn, ihre Federn zum Gebrauch Ganz ehrlich, ich kann diesen Scheiß nicht mehr, ihr müsst uns helfen Genauer gesagt, ihr müsst Thomas und mir helfen Benjamin hat uns vor zwei Jahren entführt und seitdem hält er uns in seinem Keller gefangen Thomas und ich waren damals in der Eisdiele gewesen, vor zwei Jahren im Sommer Und da kam dieser gestörte Benjamin, wir kannten ihn vorher nicht, noch nie gesehen Und er ist ja recht groß und sportlich, packt uns mit seinen Pranken Steckt uns in einen Korb und hat uns hier irgendwo ins Nirgendwo verschleppt Wo wir jetzt in seinem Keller hausen Und er uns nur hochholt für seine gestörten Podcastprojekte Dieses Rotz und Wasser, die Zentrale, das war alles Benjamins Idee Der ist ein Podcast-Fetischist Und er sagt, wir wären perfekt für ihn Und wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, Thomas ist ja gar nicht so der drei Fragezeichen-Auskenner Das ist alles auf Benjamins Mist gewachsen Er ist der Brain hinter diesem künstlichen Podcast-Konstrukt Und jedes Mal, wenn wir nicht tun, was er sagt, dann gibt's was mit dem Schuhhaken Er immer mit seinen Schuhhaken Dieser Mann ist besessen von Schuhhaken Und das ist ja noch nicht alles Immer wenn ich mit ihm einen Podcast alleine aufgenommen habe Das war ihm immer sehr wichtig Da stand er total drauf Ich musste immer, während ich spreche Ich musste immer mit meiner Zunge sein Ohrläppchen massieren Und dabei musste ich sprechen Man durfte nicht hören, dass ich, während ich spreche, mit meiner Zunge sein Ohrläppchen massiere Sonst sofort Schuhhaken Einfachsprecher ein, sofort Schuhhaken Dieser Mann ist gestört, der steht auf Schuhhaken Und was er mit Thomas macht, ist wahrscheinlich noch viel schlimmer Thomas redet nicht mehr, also zumindest im Keller Seit zwei Wochen redet er nicht mehr Immer wenn er von einer Podcast-Aufnahme alleine, die er mit Benjamin macht, runterkommt Wir haben ja einen kleinen Wasserkocher unten, das ist ja unsere einzige Nahrungsquelle Muss ich euch übrigens auch erzählen Benjamin zwingt uns, das frisch gekochte Wasser Eggs aus dem Wasserkocher zu trinken Er meint, das tut unseren Stimmbändern gut Was soll ich sagen, das funktioniert Na egal Auf jeden Fall hält er dann seine Genitalien in den kochenden Wasserkocher Verzieht aber keine Mine Und blickt mir nur ganz tief in die Augen Und so verharrt er manchmal tagelang Ich weiß nicht, was da grausames passiert Auf jeden Fall muss jetzt Schluss sein, damit lange hält Thomas das auch nicht mehr aus Benjamin ist jetzt gerade in die Stadt gefahren, um sich seinen Adamsapfel aufspritzen zu lassen Ähm, und Ihr müsst uns hier rausholen Die Adresse ist Oh, Benjamin Ich, nee, ich mach hier gar nichts Ich Ich bin schon mal Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Eine Rotz- und Wasserproduktion. Eine Rotz- und Wasser.